McDonalds in Polen, das testen wir jetzt gemeinsam aus. Ich bin mit meinem Barbie-Car heute nach Polen gefahren. Übrigens, von Berlin ist es nur eine Stunde Fahrt. Wieso ist eigentlich mein Hundemodus im Auto an? Fendi ist doch neben uns. Oh Mann, wie süß kann man nur sein, meine liebe Fendi. Ich habe auch nur 15 Euro dabei. Mal schauen, was wir alles kaufen können. Wer war schon mal in Polen? Kommentiert mal. Sogar in Polen habe ich Fans getroffen und Fotos gemacht. Zurück zu McDonalds. Und angeblich soll das Chicken hier viel leckerer schmecken als bei uns in Deutschland. Leider verstehe ich kein Wort polnisch, deswegen haben wir das auf Deutsch umgestellt. Diese Chickenbox sieht doch richtig lecker aus. Schauen wir mal die Soßen an. Es gibt drei Soßen, die es bei uns nicht gibt. Ich zeige euch das auch gleich. Die Box mit einem Getränk hat 13 Euro gekostet. Ich bin ehrlich, ich dachte Polen ist ein bisschen günstiger. Folgende Soßen gibt es nur in Polen. Einmal die Knoblauchsoße, die Araciamayo und Hot Devil, aber ich hatte Barbecue. Jetzt nochmal zum Geschmackstest. Die Soßen haben auf jeden Fall richtig lecker geschmeckt. Ich bin ehrlich, das Hähnchenfleisch war wirklich lecker.